Was ist das Ziel, vom ersten Datenpaket, das wir vom Kunden bekommen, bis zum fertigen Produkt den kompletten Prozess abbilden zu können? Das bedeutet Bauteilbeschaffung, Organisation, Kalkulation, richtige Bestückung, Kontrolle, Ausfräsen der Leiterplatte, gegebenenfalls Test und Versand der Leiterplatte zum Kunden. Dass der Kunde ein Produkt erhält, das 100% getestet ist und den Qualitätsstandards entspricht. Wir sind ISO 16949 zertifiziert, arbeiten komplett nach dem automotiven Standard, nach den automotiven Prozessen. Einer unserer größten Vorteile ist sicherlich unsere Flexibilität, wodurch wir auf Anpassungen, auf Änderungen im Produkt sehr kurzfristig und kostengünstig reagieren können. Unsere hohe Flexibilität kommt damit zustande, dass unsere Maschinen nicht automatisch verkettet sind, sondern dass wir noch viele manuelle Prozesse haben. Dadurch können wir Prozesse schnell und einfach anpassen und können so sehr flexibel auf den Kunden reagieren. Wir sind in der Lage, dem Kunden Vorschläge zu machen, welche Prozesse gegebenenfalls anzupassen sind, welche Prozesse für die Fertigbarkeit in Serie besser geeignet werden oder umsetzbar sind. Und mit dem Kunden das Produkt weiterzuentwickeln. Wir sind in der Lage, dem Kunden aus 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 dem Kunden Vielen Dank.